in diesem video möchte ich euch zeigen wie auf der map terminus das site ist er mit der bowling quest freischalten können und zwar müsst ihr fünf items aufsammeln leute dann landet ihr hier in diesem raum und hier müsste mit der bowling kugel zombies töten und kriegt am ende einen preis und das erste item befindet sich an dem friedhof hier rechts wo ihr auch die platten kaufen könnt und das sind so bowling schuhe die schießt ihr einmal an leute und das war's dann das zweite item befindet sich gegenüber vom comic buchladen hier durch dieses fenster müsste schauen und auf dem regal das dritte item befindet sich hinter der bowling arena also wenn ihr den hinterausgang der bowling arena nimmt schaut ihr hier durch und ganz hinten sind die bowling schuhe die schießt ihr an das vierte item befindet sich am spawn hier in der tankstelle obendrauf die schuhe und das letzte item befindet sich wenn ihr bei speedcooler weiter hoch läuft hier durch dieses fenster schaut und unter dem stuhl und wenn ihr das dann gemacht habt werdet ihr dann hierhin teleportiert leute und könnt dann mit euren kollegen bisschen rumalbern das war's dann mit dem video ich hoffe euch hat das video gefallen falls ja lasst doch ein like und schreibt mir die kommentare und wie gesagt falls du nichts mehr verpassen willst jetzt ein kostenloses abo da lassen und die glocke aktivieren damit du immer auf dem neuesten stand bleibst danke fürs zuschauen und bis zum nächsten video ciao